... wurde von einer Straßenbahn gerammt. Mehrere Fahrgäste wurden dabei verletzt. Der Fahrer des LKWs ist in der Fahrerkabine eingeklemmt. Versorgen Sie alle Opfer des Unfalls. Zu Befehl. Zu Befehl. Verstanden. Wir benötigen einen Notarzt, Sanitäter-Teams und einen Rüstwagen mit Rettungsschere. Höre. Verstanden. Was geht's? Ja? Alles klar. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Verstanden. Bin bereit. Alles klar. Bin bereit. Bin dabei. Verstanden. Höre. Kein Problem. Jawohl. Erwarte Befehle. Alles klar. In Ordnung. Sofort. Bin bereit. Ein transportfähiges Unfallopfer sollte umgehend mit einem Sanitäter-Team zum Rettungstransportwagen gebracht und abtransportiert werden. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Höre. Ist in Arbeit. Es befinden sich einige Zivilpersonen sehr nah am Einsatzort. Wir sollten einen Streifenwagen anfordern, unsere Polizisten mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Aus dem Unfall-LKW ist Kerosin ausgelaufen. Wir müssen uns beeilen. Es besteht akute Brandgefahr. In Ordnung. Sie haben den LKW-Fahrer aus der Fahrerkabine befreit. Weiter so. Achtung. Das ausgelaufene Kerosin. Das ausgelaufene Kerosin hat sich entzündet. Was gibt's? Bin dabei. Okay. Erwarte Befehle. Verstanden? Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Verstanden? Bin bereit. Alles klar. Verstanden? Wird gemacht. Erwarte Befehle. Sofort. Höre. Okay. Was geht's? Kein Problem. Was gibt's? Der Notarzt hat die Transportfähigkeit des verletzten LKW-Fahrers hergestellt. Wir sollten ihn jetzt mit einem Rettungstransportwagen transportieren. Wir sollten ihn jetzt mit einem Rettungsträmmen verletzten LKW-Fahrers hergestellt. Was gibt's? Ich bin bereit. Bin dabei. Alles klar. Was gibt's? Zu Befehlen. Was gibt's? Führer. Wird erledigt. Ja. Bin dabei. Was gibt's? Erwarte Befehle. Was gibt's? Zu Befehl. Erwarte Befehle. Rettung. Höre. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Rettung. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ja. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle, ist das Opfer als Opfer auf der Bauchwelle? Wir werden es auch nicht mehr so machen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle! Ja, verstanden. Erwarte Befehle. Sie haben alle verletzten Fahrgäste versorgt und abtransportiert. Gut gemacht. Höre. Zu Befehl. Bin bereit. Okay. Höre. In Ordnung. Ja. Sofort. In Ordnung. Sie haben den LKW-Fahrer versorgt und abtransportiert. Sehr gut. Ja. Ja. Okay. Was geht's? Sofort. Bin bereit. Alles klar. Ja. Sofort. Höre. Erwarte Befehle. Hervorragend. Sie haben alle Brände gelöscht. Gut gemacht. Alles klar. Was geht's? Wird erledigt. Höre. In Ordnung. Erwarte Befehle. Jawohl. Ja. 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 Ich bin bereit. Alles klar. Erwarte Befehle. In Ordnung. Alles klar. Wird gemacht. In Ordnung. Ja. 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 Verstanden. Höre. Okay. Bin bereit. Jawohl. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ja. 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 No. Ja. 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 Jo. Ja. Verstanden. Ist in Arbeit. Was geht's? Wird gemacht. Verstanden. Okay. Was geht's? Okay. Ist in Arbeit, ja? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Im Wintersportgebiet sind zwei Skifahrer zusammengestoßen. Beide Opfer bergen, behandeln und abtransportieren. Was? Kein Problem. Alles klar. Achtung, Notfallmeldung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Löschen Sie alle Brände und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Was geht's? Wird gemacht. Okay. Bin bereit. Jawohl. Wird erledigt. Wird erledigt. Zu Befehl. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird? Wu-Wird numerator. Dann kann kein freien Hydrant in der Nähe des Ziels finden. Kein Problem. Jawohl, Befehl. Zu Befehl. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Sofort. Okay. Erwarte Befehle. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Jawohl. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ist in Arbeit. Wird gemacht. Ich bin dabei. Okay. Okay. Ja, alles klar. 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 Okay. Ja, alles klar. 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 Ja. Ja, in Ordnung. Ja. 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 Ich bin dabei. Verstanden? Verstanden? Ja, wird erledigt. Ich bin dabei. Sofort. Alles klar. Höre. Erwarte das Hele. Jawohl. Höre. Ich bin bereit. Jawohl. Bin bereit. Wird gemacht. Wird gemacht. Ja. Alles klar. Ja. Ist in Arbeit. Höre. Sofort. Bin bereit. Achtung. Bin dabei. Wir müssen so schnell die mögliche Falle aufmachen. Erwarte Befehle. Wird ärztlich versorgen. Sie könnten sonst an Ihren Verletzungen sterben. Wird gemacht. Nachbrennende Fahrzeuge müssen erst gelöscht werden, bevor wir sie abtransportieren können. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Was geht's? Okay. Okay. Bin bereit. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation und in der Basis. Ist in Arbeit. Ja? Ja? Kein Problem. Höre. In Ordnung. Bin bereit. Was gibt's? In Ordnung. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Ist in Arbeit. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen. Alles klar. Ja? Ja. Wie du willst. Jawohl. Sofort. Ist in Arbeit. Was gibt's? Ist in Arbeit. Ja? Alles klar. Erwarte Befehle. Was gibt's? Ist in Arbeit. Höre. Zu Befehlen. Okay. Ja. Bin dabei. Erwarte Befehle. Sofort. Ja. Sofort. Erwarte Befehle. Ich bin dabei. Ist in Arbeit. Bin bereit. Verstanden? Okay. Höre. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Jawohl. Kein Problem. Ist in Arbeit. In Ordnung. In Ordnung. Erwarte Befehle. Okay. Ja. Kein Problem. Was gibt's? In Ordnung. Kein Problem. Alles klar. In Ordnung. Zu Befehl. Sofort. Ich bin bereit. Wird erledigt. Jawohl. Jawohl. Kein Problem. Was geht's? Was geht's? In Ordnung. Bin dabei. Höre. Kein Problem. Erwarte Befehle. Bin dabei. Was geht's? Alles klar. Alles klar. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja. Verstanden. Zu Befehl. Ja. Höre. Kein Problem. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ja. Verstanden. Alles klar. Zu Befehl. Wird erledigt. Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Ja. Hör wieder auf Freude. Höre. Jawohl. Bin dabei. Okay. Okay. in Ordnung. Erwarte Befehle. Es sind Arbeit. Wenn man keinen feinen Hydranten in der Nähe des Ziels finden. In Ordnung. Höre. In Ordnung. Bin bereit. Erwarte Befehle. Jawohl. Jawohl. Erwarte Befehle. Höre. Höre. Verstanden. Sch ships. Ist in Arbeit. Sofort. Jawohl. Verstanden. In Ordnung. Höre. Wird erledigt. Bin bereit. Alles klar. Höre. Verstanden. Bin bereit. Jawohl. Bin bereit. Zu befehlen. Erwarte Befehle. Okay. Erwarte Befehle. Zu befehlen. Bin bereit. Okay. Erwarte Befehle. Jawohl. Ja. Erwarte Befehle. Sofort. Bin bereit. Mit Ihrem Budget können Sie sich nur ein zu befehl. Befehle. Zu befehlen. Stellplatz-Erweiterungen für Ihre Einsatzbasis kaufen. Achten Sie auf das Kaufmenü am oberen Bildschirmrand. Wenn Sie wissen möchten, welche Auswirkungen ein Einkauf haben wird, dann klicken Sie einfach auf das Fragezeichen-Symbol neben dem entsprechenden Eintrag im Kaufmenü. Bin dabei. Erwarte Befehle. Ja. Höre. Okay. Höre. Ist in Arbeit. Ja. 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 Kein Problem. Bin bereit. Verstanden. Höre. Erwarte Befehle. Jawohl. Bin dabei. Erwarte Befehle. Kein Problem. Was gibt's? Bin dabei. Erwarte Befehle. Sofort. Bin bereit. Okay. Erwarte Befehle. In Ordnung. Mit Ihrem Budget können Sie sich neue Einsatzfahrzeuge und Stellplatz-Erweiterungen für Ihre Einsatzbasis kaufen. Achten Sie auf das Kaufmenü am oberen Bildschirmrand. Wird gemacht. Wenn Sie wissen möchten, welche Auswirkungen ein Einkauf haben wird, dann klicken Sie einfach auf das Fragezeichen-Symbol neben dem entsprechenden Eintrag im Kaufmenü. Ja, verstanden. Ich bin dabei. Ja. Verstanden. Bin dabei. Ich bin dabei. Sofort. Löschen Sie die Brände und retten Sie den Drachenflieger. Okay. Sofort. Verstanden. Ja. Kein Problem. Höre. Alles klar. Was gibt's? Jawohl. Was gibt's? Wird gemacht. Verstanden. Ja. Alles klar. Okay. Höre. Bin dabei. Ist in Arbeit. Ja. Wir sollten brandgefährdete Objekte unbedingt kühlen, damit sie gar nicht erst anfangen zu brennen. Dafür können wir Feuerwehrmänner mit Schläuchten oder das Drehleiterfahrzeug einsetzen. Bin bereit. Ein Notarzt sollte so schnell wie möglich die Verletzten am Einsatzort untersuchen und behandeln. Alles klar. Ansonsten werden sie immer schwächer. Jawohl. Höre. Kein Problem. Was geht's? In Ordnung. Wir können Feuerwehrmänner mit Motorsägen ausrüsten, um brandgefährdete Bäume zu fällen und eine Schneise zu schlagen, die das Feuer nicht überwinden kann. Aber Achtung. Brennende Bäume können nicht gefällt werden. Erwartete Befehle. Jawohl. Ja. Alles klar. Ja. In Ordnung. Es befinden sich einige Zivilpersonen sehr nah am Einsatzort. Wir sollten einen Streifenwagen anfordern, unsere Polizisten mit Megafonen ausrüsten und die Leute in Sicherheit bringen. Ja. Alles klar. Bin bereit. Kein Problem. Höre. In Ordnung. Ja. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. wird erledigt. Ja. Kein Problem. Höre. Ja. Was gibt's? Höre. Wird gemacht. Bin bereit. Sofort. Wird erledigt. goin. Ja. Unruh. Bin bereit. Ja. Zu Befehlen. Erwartete Befehle. Ja. Ja. Bin bereit. Alles klar. Hörer. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Was gibt's? Jawohl. Bin dabei. Zu Befehlen. Hörer. Ist in Arbeit. Wird bereit. Wird erledigt. Sofort. Bin bereit. Alles klar. Was gibt's? Okay. Zu Befehlen. Geht's. Was gibt's? Bin bereit. Alles klar. Was gibt's? In Ordnung. Was gibt's? Hervorragend. Sie haben alle Aufgaben makellos gemeistert. Eine Person ist beim Ernten im Garten von einem Baum gefallen. Versorgen Sie die verletzte Person und transportieren Sie sie ab. Bin dabei. Verstanden. Ja? Bin dabei. Wird gemacht. Bin bereit. Zu befehlen. Bin dabei. Bin bereit. Jawohl. Sofort. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Wird erledigt. So. Wird gemacht. Ja. Bin dabei. Sofort. Höre. Alles klar. Jawohl. Bin bereit. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Der Feuerwehrmann kann reinfreien... Ja. Bin dabei. Ja. Wird gemacht. Zu befehlen. In Ordnung. Verstanden. Höre. Kein Problem. Was gibt's? Bin dabei. Alles klar. Erwarte Befehle. Bin dabei. Achtung. Taschendiebstahl. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Floh. Festnehmen und abtransportieren. Wird gemacht. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Ja. Zu befehlen. Höre. Bin dabei. Sofort. Höre. Okay. Bin dabei. Wird erledigt. Der Rettungstransportwagen bringt das Obwohl zur Krankenstation in der Basis. Wird gemacht. Höre. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen in der Basis. Ja. Dann bereit. Bin dabei. Erwarte Befehle. Bin dabei. Achtung. Notfallmeldung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Löschen Sie alle Brände und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Zu befehlen. Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Bin bereit. Es ist in Arbeit. Löschen Sie A-Bände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Es ist in Arbeit. Was geht's? Kein Problem. Ja. Okay. Höre. Ist in Arbeit. Bin bereit. Was geht's? Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Höre. Sofort. Sofort. Erwarte Befehle. Jawohl. Verstanden. Der Feuerwehrmann kann keinen freien Hydranten in der Nähe des Ziels finden. Kein Problem. Sofort. Höre. Was gibt's? Okay. Höre. Bin bereit. Höre. Bin dabei. Erwarte Befehle. Bin dabei. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Zu befehlen. Höre. Bin dabei. Sofort. Alles klar. Höre. Notruf. Ja. Gebäudebräne. Sofort. Ursache unbekannt. Kein Problem. Was geht's? Versorgen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Kein Problem. Wird gemacht. Wird gemacht. Was geht's? Ja. Bin dabei. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Notruf. Bin dabei. Hörer. Wird erledigt. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Hörer. Bin dabei. Alles klar. Bin dabei. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Es ist in Arbeit. Sofort. Erwarte Befehle. In Ordnung. Erwarte Befehle. Verstanden. Hörer. Okay. Erwarte Befehle. Jawohl.